Halli, hallo Katzenklo, I'm Padu. Im Vorhinein muss ich noch etwas schnelles sagen zu diesem Video. Nach dem Cut, den ihr dann sehen werdet, ist irgendwie die Stimme von Brian völlig verschoben. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich die Priorität von Minecraft auf dem PC einfach hoch gestellt habe und wahrscheinlich den ganzen PC damit langgelegt habe in dieser Aufnahme. Ähm, ja jetzt müsst ihr das halt ertragen, ich glaube so schlimm ist es nicht. Aber ja, Pech gehabt. Dann viel Spass mit dem Video. Halli, hallo Katzenklo, I'm Padu. So, herzlich willkommen zu einem Part mit Brian wieder einmal. Hallo. Ja, wir spielen, welcher Wunder, wir spielen wieder einmal Bad Wars. Nicht Wunder, wenn die Aufnahme ein bisschen ruckelt. Das liegt daran, dass ich mit dem Brian gerade skype und halt die Aufnahme übertragen. Ja. Wo nicht ganz gut. Die Aufnahme ist nicht super, aber es ist einfach etwas laggy. So. Vielleicht kann ich einfach schnell etwas einstellen. Ähm. Machen wir das einfach mal auf fast. Halt es off. Vollsignal. Off. Creasing off. Particle is decreased. Off. Ah, schon viel besser. So, hier. Wir bauen uns... Ah, verdammt. Es sind schon viel weiter als wir. Ähm. Dankenteam, dass ihr so überhaupt nicht egoistisch seid. Und mir so gut helft und alles mögliche. Ähh. Welches Team bin ich überhaupt? Ich für... Das ist ein verdammt Dings egoistisch, gell? Mhm. Schon noch. Welches Team bin ich? Alter. Das ist aber so richtig schlimm. Ähm. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, ich habe einen neuen Skin. Beziehungsweise sieht genau gleich aus wie mein alten. Einfach ohne das komische Kräusel-Zeugs da dazwischen. Also da die Blöcke. Also die kleinen... Ich weiss jetzt nicht, wie ich das erklären soll. Es ist auf jeden Fall sehr sauber gestaltet. Und das Coole ist... Oh nein. Nein! Ich bin so ein Vollidiot! Scheisse! Nein! Hi! Okay. Ich bin dumm. Okay. Es gibt einen kleinen Schnitt. Und dann gehen wir direkt in die nächste Runde. So. Herzlich willkommen zurück. Ja. Meine Dummheit ist unbeschreiblich. Einfach aus dem Server rauszugehen. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt könnte die Andere ja mal etwas für das Team machen. Ich hätte gerade keine Lust mehr. Äh. Jetzt gehe ich da auf das Kind... Äh. Ich habe einen Sumi... ...Customization. Und jetzt seht ihr... Jetzt habe ich meinen Winter Skin drin. Mit meinem Pulli. Der ist super geil irgendwie. Das mit dem... I... IOS 8. Alter, da bin ich behindert. Minecraft 1.8 Skin. Und dann ziehe ich es da. So. Jetzt wieder das... Ähm... Das Heimli anziehen. Wuhuu! So. Jetzt gehen wir wieder in Normal-Modus. Und die spielt endlich normal. Ein bisschen so egoistisch. Yeah. Obwohl der mir gerade alles Bronze weggeklaut hat. Aber... Das ist jetzt neben sich. So. Oh nein. Oh. Verdammt. Ich nehme jetzt am besten so einen Steck in die Hände. Und eine Spitzhecke. Und mit dem Rest... Das ist zu wenig. Ich mache noch Blöck. So. Hier. Da. Blöck. Blöck. Ich spinne gerade ein bisschen. Aber das mache ich ja immer. Gell? Ja. Ich mache keine Werbungen. Mhm. Du siehst. Und das ist gut. Da weisst du. Der Mobiliar macht auch immer so einen Scheiss. Ich mache keine Werbungen. Hä? Von was? Habe ich jetzt eine Werbung? Da weisst du. Der Mobiliar macht immer so einen Scheiss. Liebe Mobiliar. Als ich heute meine... Fräulein... Befriedigen... Egal. Wupp 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 wupp. Verarscht. Wow. Nein. Scheisse. Ähm. Ich lerne mit dem Scoreboard auf der Seite. Dass er das ein bisschen anders gemacht hat. Mhm. Ja. Wäre auch sehr praktisch. Du siehst. Zum Glück ist jemand da, der ein gutes Gedächtnis hat. Sonst hat er das gerade nochmal erzählt. Ja. Ja. Wäre auch sehr praktisch. Rrrr. Daher kommen die anderen. Ich mache mir Zeugs. Ich wollte schon etwas dazu sagen. Aber ich habe überlegt, dass ich höre. Das ist eine Dekoration. Ich muss aufhören mit dem Verbiebten Akzent. Ich bin gerade in einem Kampf. Und ich habe gewonnen. Ich habe es sogar gehört. Ja. Mhm. Ich verschrecke jedes Mal, wenn ich da dem Atom höre. Da dem Atom höre. Ich bin so. Ja. Ja. Klingt einmal so. So. Ja. Nein! Nein! Er hat mich runtergeschossen. Aber dafür habe ich ihn auch runtergeschossen. Menor. Nein! Nein! Immer dann, wenn ich gerade... WTF? Wieso habe ich jetzt... Nein! Bist du da behindert oder so? Nein! 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 Tadum! Was tut! Du willst ja einen Fudie tätchen, eh? Ok, das war nicht lustig. Entschuldigung. Tadum! Was tut! Nein, ich bin ziemlich gant, muss ich sagen. Das sagte er, nachdem er kaputt gegangen ist. Nein, ich bin ziemlich gant, muss ich sagen. Hey, du bist in der Kopf gant, bist du behindert? Ohhhh! Jö! Ja, WTF! Sonnes, A-Aslöch, A-Aslöch, Aua! Das hat jetzt weht da, und zwar verdammt weht da. Mhm, schon noch. Aber legal, illegal... Egal, scheissegal. Ich habe nicht gesagt, ob er mir gefällt. Hast du eine cool Sprache? Wir gefällt ihn mega. Wieso gefällt er mir nicht? Woher willst du das wissen? Ich habe nicht gesagt, ob er mir gefällt. Ich habe aber auch gesagt, ob er mir nicht gefällt. Aber dir gefällt er nicht? Wieso? Woher willst du das wissen? Ich kenne dich auch. So, ich bin jetzt gerade dabei. Auf dem Bett auf. Oh, scheisse. Schaffe ich es? Jawohl. So. Wo, 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 wo. So schnell nicht. Den ersten habe ich von dem Team gebracht, der das Bett abgebaut hat. Jetzt kommt direkt der Nächste, der gerade flüchtet zu uns und die Pusse. So. Wo ist der Ruhr und so? Ah, der ist jetzt vernichtet durch. Uuhaaah. Das machst du aber super, muss ich sagen. Team Gelb ist auch schon ausgerattet durch. Oh, ich habe nämlich Sprint und habe noch 2,5 Herzen. So. Das machst du aber super, muss ich sagen. Deshalb bringen ist mich jetzt dumm. So. Sehr schön. Weil das geht einfach schneller, weil wir hier 2 Stunden lang um uns herum machen. So, hier. Nein, nicht schon wieder. Ohne Witze, das passiert einfach aus Versehen. Das hast du doch auch schon bei mir gehabt. Ich habe einfach so angefangen mit dem. Und seitdem mache ich das die ganze Zeit. Ich weiss nicht, wieso. Ja, aber ich weiss auch nicht, wie du das gemacht hast. Ja, meinst du, bin ich noch nicht angefangen? Stop it. Stop it, motherfucker. So, hier. Stop it. Stop it, motherfucker. Ich wollte sagen, wenn man es so wissen müsste, oder so eine Leistung, die Leute müssen so eine Leistung geben, was man für die Wörter nicht sagen darf. Ich wollte einfach sagen, du weiss, wenn du weisst, welche würden du nicht sagen würdest, dann sage sie es wahrscheinlich am ehesten. Ich glaube, ich hätte schon 10'000 Mal verstoßen. Ist das so? Wie heisst das Ding wieder? Aha, stimmt. Menschliche Psychologie. Umgekehrte... Patrick, hilf! Umgekehrte... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin gerade da voll im Kampf. Oh, Scheisse. Sterb, sterb, doch! Oh, Mama. Weisst du, da ist so ein Mango, du schreibst zu ihnen, bitte versteht, dass ich häcke, ich bin schlecht. Ist ja klar. Was ist denn für die Spass di? Ich verstehe nicht. Also weisst du, der vom gegnerischen Team? So ein Mongo! Ich würde es noch eher nicht einmal sagen, wenn ich jetzt einer wäre. So ein Mongo? Wo? Und nicht nur sagen, es ist gerade so gut, dass du gerade... ...Garry Smoke geht auf dem Server und sagen, ich kann... ich kann ganz viel hacken, ich kann alles kaputt machen. Es ist gerade so gut, dass du gerade so gut kannst... ...Garry Smoke geht auf dem Server und sagen, ja, ich kann... ich kann... ich kann... ...den ganzen Häusern, das alles kaputt machen. Wop, 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 wop! Ich muss endlich aufhören mit dem! Wop, 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 wop! Ich rüste mich gerade so fett aus, dass ich dich einfach so fett knetzeln kann. Dass ich dann so fett Schnitzel veressen kann. Ich habe gerade einen Villager noch gemacht. So, Angriff alle miteinander! Erstens war das jetzt gerade schlecht, zweitens war das Akzent. Miniau! Ihr werdet niemals segen, verdammtes Team Grün! Miniau! Obwohl Grün meine Lieblingsbar bist! Miniau! Ja. Was, Miniau? Miniau! Achso! Haha! Da haben wir uns aber voll verstanden! Fällig schwein! Ich muss mich gut kallen. Halalalalalala! Stirb! Stirb! Das könnte man auch sagen. Nein, du wärst zickig und nicht aggressiv. Hat da jemand seinen zu sagen? Nein, du wärst zickig und nicht aggressiv. Ficket euch! Sterbt ihr Nuttene! Oh Scheisse, der bringt mich bald auf. So. Mit wie viel sind ihr noch? Ich meine, wie viele Spieler sind ihr noch? Ihr? Oh, ich bin zu ihm. Mit wie viel sind ihr noch? Äh, wir haben bald gewohnt. Oh Scheisse! Ähm, noch zwei. Ich und den anderen. Nein, vier! Ich bin grad gegen zwei. Und ich bin gestorben, aber die holen jetzt grad ins Bett. Jetzt ist fertig. Jo, wir haben's. Juhu! Yay, wir haben gewonnen! Wieder mal. Weil wir so gut sind. Und so. Nein, eigentlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, was ich hier absondere. Tschüss! Dann würde ich sagen, würde ich mich über eine Bewerbung freuen. Hast du noch etwas dazu zu sagen? Ja. Nein, eigentlich nicht. Ja. Also in diesem Fall, bis zum nächsten Mal auf. Wiedersehen! Ey, ich bin aber super Fuchs nie. Weißt du, wir haben das erste Mal, weil wir über das Thema reden wollten. Was machen wir mit mir? Lava, das ist einfach ein Scheiß. Okay. Jetzt fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an. Ey, ich bin aber super Fuchs nie. Weißt du, wir haben das erste Mal, weil wir über das Thema reden wollten. Was machen wir mit mir? Brrrr! Ja, normal.